Schönen guten Tag Leute und herzlich willkommen bei Amazon FBA bei Markus. Eine Sache lese ich hier unter den Kommentaren, unter den YouTube-Videos regelmäßig und dazu noch in der Amazon FBA Facebook-Gruppe, die ich manage. Und zwar geht ein Gespenst herum, besonders bei den Anfängern, die Amazon FBA beginnen. Und zwar, viele haben gehört, es gibt Lizenzen, die Produkte haben müssen. Ansonsten darf man sie nicht importieren oder wenn man sie verkauft, bekommt man riesige Strafen, wenn das irgendwann auffällt. Und viele haben riesige Angst davor und es ist das größte Bedenken und der größte Grund, Amazon FBA nicht anzufangen. Und hier in dem Video will ich mal mit dem ganzen Bullshit aufräumen. Was gibt es eigentlich darüber zu wissen? Was sind das eigentlich für Lizenzen? Was ist das überhaupt für ein Problem? Und vor allen Dingen, wie bekommst du Gewissheit, was du eigentlich brauchst? Wie bekommst du die Information her, was du überhaupt beachten musst? Und wenn du willst, wo du das Ganze überprüfen lassen willst und sowas, was sowas realistisch kostet. Und das Ganze gucken wir uns am besten mal an auf meinem Computer. Da machen wir jetzt weiter. Also es gibt ganz viele Vorschriften, was verschiedenste Produkte angeht. Jeder kennt zum Beispiel dieses TÜV-Logo. Das gibt es bei manchen Produkten, aber bei manchen nicht. Es gibt das CE-Logo, was man praktisch überall liest. Dann gibt es etwas ein bisschen neuer. Das ist Reach, heißt das. Da geht es um Materialzusammensetzung. Und so gibt es je nach Produkt teilweise welche, die man immer findet. Teilweise welche, die ganz bestimmte Produktgruppen betreffen. Jetzt kommt die erste Frage. Wie kann ich das rausfinden? Welche Webseite sagt mir das? Gibt es da ein deutsches Amt für Produktlizenzen? Wo ich das nachsehen kann, ob mein Produkt eine bestimmte Lizenz braucht. Leider ist das nicht so. Das kann ich direkt sagen. Weil viele Lizenzen werden, viele Vorschriften, sagen wir es mal lieber so, werden von irgendwelchen Verbänden durchgesetzt, die hinterher dafür verantwortlich sind, diese Vorschriften zu pflegen und weiterzuentwickeln. Und alle anderen müssen sich danach richten. Und deswegen gibt es nicht so etwas wie eine deutsche Seite, ein deutsches Amt dafür, was dir das direkt sagt. Also, wie findest du das raus? Google. Es ist leider so, Google ist dann erst mal dein bester Freund dafür. Generell ist es so, je mehr ein Produkt ein Risiko für die Gesundheit des Menschen darstellt, je mehr solche Lizenzen hat es. Was ist eigentlich eine Lizenz? Eine Lizenz stellen sich viele vor, hey, das ist vielleicht eine Urkunde, die ein Hersteller bekommt, wenn er sein Produkt bei irgendeinem Amt in Deutschland zum Prüfen gegeben hat. Und das ist auch falsch. In den meisten Fällen sind es einfach Vorschriften. Da sagt so ein Verband, okay, zum Beispiel diese Wassertrinkflasche hier, was so ein typisches Amazon FBA Produkt, glaube ich, ist, so eine Wassertrinkflasche, die darf nur ein bestimmtes Material haben. Oder die darf nur eine Bemischung aus verschiedenen Materialen haben. Wovon vielleicht eine bestimmte Plastiksorte, die ist vielleicht zu bis 5%, sage ich mal als Beispiel, unbedenklich. Aber wenn diese Flasche zu 50% aus diesem Material ist, dann wird es schon kritisch. Also sagen die Höchstgrenze von diesem Material ist 5%. Dann ist es dann eben eine Sache oder eine Sache der Hersteller zuerst mal zu wissen, okay, was für Materialien darf ich überhaupt benutzen. Und sobald, solange der Hersteller sich daran hält und diese Höchstgrenzen, diese Vorschriften an Materialien, die er verwenden darf, einhält, in dem Moment erfüllt dann diese Flasche, dieses Produkt, dieses Gütesiegel. Zum Beispiel mit CE ist das so, mit REACH ist das so. Das automatisch hat ein Produkt ein CE-Zeichen, wenn es bestimmte Vorschriften erfüllt. Und bekommt der Hersteller dann dieses CE-Zeichen von irgendeinem Verband, von irgendeinem deutschen Amt? Nein, der kann es einfach raus aufdrucken. Also das Ganze passiert ziemlich eigenverantwortlich. Die Hersteller produzieren ein Produkt, was für den deutschen Markt so zulässig ist, in den Bestandteilen und in dem Moment darf er das CE-Zeichen selber draufdrucken. Man liest häufig, es ist ein gefälschtes CE-Zeichen, aber so gesehen, jeder darf es runterladen und aufdrucken. Die Frage ist dann nur, hat der Hersteller diese Vorschriften wirklich beachtet oder druckt er das einfach aus? Und da ist das natürlich ungewiss. Warum ist das ein Risiko für Verkäufer? Ja, weil derjenige, der es in Europa in den Markt bringt, ist dafür verantwortlich. Hast du jetzt natürlich einen Großhändler oder einen Hersteller in Europa, der es dir verkauft, ist es dann das Risiko des Verkäufers, wo es du eingekauft hast. Wenn du jetzt aber als Händler Waren aus China importierst, dann hast du es in Europa auf den Markt gebracht und damit ist es deine Verantwortung, dass es auch solche Lizenzen erfüllt. Ehrlich gesagt, mich würde mal interessieren, wie das zum Beispiel bei solchen Geschäften läuft, wie Lidl, bei Aldi, die jede Woche neue Produkte für kurze Zeit, für ein paar Tage auf den Markt bringen, wie zum Beispiel so eine Trinkflasche. Wie sicher sind die, dass sowas den ganzen Normen entspricht? Testen die das selber oder lassen die sich das einfach vom Hersteller bestätigen? Ich kann mir ja exakt nicht vorstellen, dass sie jedes Produkt selber testen lassen auf Materialbeschaffenheit und Qualität. Ich weiß es nicht, also da wäre es mal sehr interessant, von einem Insider was zu hören, der vielleicht für eine große Kette arbeitet, wie im Mediamarkt und was weiß ich für deutsche Geschäfte, die sowas auf den Markt bringen, wie das da eigentlich läuft. Aber eben, wie kannst du dem Ganzen aus dem Weg gehen? Generell gibt es eben, wie ich schon gesagt habe, die Produkte, die besonders hohes Risiko haben, die haben besonders viele Prüfsiegel und Normen einzuhalten. Und das ist generell alles, was mit dem Körper in Kontakt kommt, wie zum Beispiel Lebensmittel natürlich, aber auch Dinge, in denen Lebensmittel aufbewahrt werden, wie solche Trinkflaschen oder Pflegeprodukte, wie irgendwelche Cremes oder ganz groß auch Elektronikprodukte, weil alles, wo Strom durchfließt, das ist natürlich eine Gefahr. Alles, was Batterien und Akkus hat, hat nochmal zusätzlich etwas. Also generell gehst du auf Nummer sicher, wenn du dich davon fernhältst. Genauso Spielzeuge und Sportgeräte. Stell dir vor, du bist im Fitnessstudio und ziehst an einem Gerät und das ganze Gerät kippt auf dich drauf, weil es keiner vorher getestet hat bei der Konstruktion. Da willst du sicher wissen, dass das auch wirklich Normen standhält. Und deswegen als Verkäufer, für den alles neu ist in Richtung Selbstständigkeit, da kann ich nur empfehlen, mach einen Bogen um diese risikoreichen Produkte und nimm einfach was Einfaches, wo du diese Last schon mal nicht hast. Wenn du jetzt eben sagst, ich möchte sicher gehen und ich möchte mich selber informieren, weil ich habe meinen Hersteller gefragt und der wusste nicht genau, dann kannst du eben auch sagen, du gehst zum nächsten Hersteller. So mache ich es. Ich frage den Hersteller, hey, weißt du eigentlich, bist du dir bewusst, welche Normen dein Produkt in Deutschland, in der EU erfüllen muss und dann warte ich, dass eine qualifizierte Antwort bekomme. Und wenn du eben unbedingt etwas kaufen willst und bist dir nicht sicher, da gibt es Unternehmen, die dich mit solchen Informationen versorgen. Ein Unternehmen ist zum Beispiel produktip.de oder .com. Die sind darauf spezialisiert, sich genau um sowas zu kümmern und dann kannst du die Leute fragen, hey, wie sieht es da eigentlich aus und die geben dir die ganzen Informationen. Was machen die also genau? Also denen kannst du sagen, was du vorhast, was du für ein Produkt auf den Markt bringen willst. Die erkundigen sich nochmal genau, was es ist und dann geben die dir eine Anforderungsliste, welche geltenden Normen dein Produkt erfüllen muss. Und dann weißt du also schon mal, was für Normen dein Produkt erfüllen muss und kannst eben abklären mit dem Lieferanten, ob der sich sicher ist, dass das bei dem auch so ist. Das ist noch kostenmäßig, glaube ich, relativ überschaubar. Also ich weiß, das wird von vielen Händlern benutzt und ich glaube, die sind relativ einzigartig. Ich kenne nicht viele Konkurrenten von dem. Also ich denke mal, das ist der größte Anbieter in dem Bereich. Ich habe jetzt keinen persönlichen Bezug zu hin, aber ich weiß, die Seite taucht immer wieder auf. Ich tue den Link mal unter das Video hier, wenn du dich selber darüber informieren willst. Was wäre dann der nächste Schritt? Also du hast deine Anforderungsliste, du hast es mit dem Lieferanten abgesprochen, und du hast auch gesagt, ja, wir erfüllen alles. Und dann bist du dir aber immer noch nicht sicher, weil du vielleicht irgendein Produkt hast, was irgendwie Kinder für Kinder ist, für Pflege ist. Es kommt mit dem Körper im Kontakt. Sie essen davon, trinken daraus und es hat vielleicht noch Strom. Das ist sehr, sehr risikohaft, wenn man das Ganze überdenkt. Dann willst du das vielleicht testen lassen. Dafür gibt es auch Anbieter, zum Beispiel asiainspection.de. Die ist darauf spezialisiert, Qualitätskontrolle zu machen. Die kannst du zu einem Hersteller hinschicken und kannst gucken, wie wird dort vor Ort produziert. Ist das eine hochwertige Produktion dort? Denen kannst du auch Produkte zuschicken lassen. Die gucken sich das an und gucken, ob die Muster, die du zuschickst, ob die qualitativ in Ordnung sind. Dort kannst du dann aber auch noch mal im Labor alles testen lassen, auf die Qualität, wie schnell vielleicht sowas zerbricht oder so. Oder was das für eine chemische Zusammensetzung ist und ob das eben die gängigen Normen erfüllt. Das fragen auch sehr viele, die sagen sich, hey, ich habe da mal eine Trinkflasche und bevor ich die auf den Markt bringe, lasse ich die an meinem Labor testen. Kann ich aber sagen, so ein Labortest hier, so ein Labor ist nicht günstig und die Leute, die darin arbeiten, auch nicht. Also das wird auf jeden Fall mehrere tausend Euro kosten. Das wird ja vielleicht 5000 Euro kosten. Je nach Produkt auch 10.000 und mehr. Also es kann dann auch ganz schnell fünfstellig werden. Und da fängt es sich an, für neue Verkäufer sich nicht mehr zu lohnen. Deswegen sage ich eben, Leute, macht es euch nicht so schwer. Macht einen Bogen auf solche risikohaften Produkte und nimm Produkte, die da einfach einfacher sind, sorgenfreier und sicherer sind. Aber eben, wenn du es wissen willst, was du da für Möglichkeiten hast, das ist sicherlich die beste Möglichkeit dafür. Jetzt, wo du das weißt, ist dir hoffentlich ein bisschen klarer, wie der ganze Ablauf ist. Um sowas hier geht es auf den Kanal auch. Also wenn du nicht abonniert bist, klick doch auf Abo und auf das Glockensymbol, dann hast du immer solche Infos. Oder wenn du sagst, ich will ein bisschen mehr, weil ich kann dir sagen, das wird deine erste von vielen Fragen gewesen, falls du hier draufklickst, weil du noch relativ neu auf der Reise bist in die Selbstständigkeit auf Amazon. Da wird noch viel, viel mehr hinterher kommen. Wenn du alles ein bisschen abgekürzt und zusammengefasst haben willst, hier unter dem Video ist auch ein Link. Ich habe einen Amazon-Kurs, wo es noch persönliche Beratung zu mir gibt, wo du halt die Videos durchgucken kannst und Schritt für Schritt alles lernst. Aber auch mich immer anfragen kannst, hey, ich habe noch eine Frage dazu im Detail oder ich habe hier was gefunden, Produkt, was hältst du davon? Oder ich habe mein erstes Produkt auf den Weg gebracht. Wie findest du mein Amazon-Listing? Und ich gehe das zusammen mit dir durch und gebe dir dann noch weitere Tipps. Also wenn dich so ein Kurs interessiert, findest du auch hier unter dem Video. Und deswegen sage ich an der Stelle dann wieder Danke mal fürs Ansehen, für dein Like vielleicht, falls du einen Tag gelassen hast. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ich freue mich auf jeden Fall für deine Zeit, die Videos anzusehen. Dafür mache ich die. Also bis zum nächsten Video dann wieder mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.